Welche Arten von Thermometern gibt es eigentlich? Genau das zeige ich dir in diesem Video. Die Frage nach welcher Arten von Thermometern es gibt, taucht meistens so 5. und 6. Klasse im Physikunterricht auf. Drei Antworten werden darauf typischerweise gegeben. Die erste ist das Fieberthermometer. Also Fieber, Fieberthermometer. Um zu messen, naja, ob ein Mensch Fieber hat. So ein Fieberthermometer hat meistens einen Temperaturbereich von 35 Grad Celsius bis 42 Grad Celsius. Das ist so das, was man standardmäßig bekommt. Warum? Nun, das ist die Körpertemperatur eines Menschen. 35 Grad Celsius, das ist schon ziemlich kalt. Normalerweise hat ein Mensch so 36 bis 37 Grad Celsius. Und 42 Grad Celsius, das ist schon hohes Fieber. So, neben dem Fieberthermometer gibt es noch zwei weitere Typen, die regelmäßig genannt werden. Und zwar ist es das Innenraumthermometer und das Außenraumthermometer. Also Innenraum bedeutet innerhalb vom Haus, innerhalb von der Wohnung. Normalerweise gefriert es in Wohnungen und Häusern nicht. Das heißt, Temperaturen unter 0 Grad Celsius müssen in der Regel da nicht gemessen werden. Anders sieht es bei Außenthermometern aus. Hier müssen auch Temperaturen gemessen werden können, die unter dem Gefrierpunkt von Wasser liegen. Also unter 0 Grad Celsius. Genaue Temperaturangaben kann ich dir leider nicht geben. Das variiert von Thermometer zu Thermometer ziemlich stark. Also, Arten von Thermometern solltest du zumindest diese drei hier kennen. Fieberthermometer, Innenraumthermometer, Außenthermometer. Also Innenthermometer, Außenthermometer. Die Begriffe wechseln auch hier ein bisschen ab. Ja, soweit mal zu welchen Arten von Thermometern es eigentlich gibt. Wenn dich die Grundlagen der Physik, zu denen das hier auch gehört, noch weiter interessieren, dann schau doch gerne mal hier in die Endcard rein. Dort werde ich dir zwei weitere Videos verlinken. Darüber hinaus würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo dalassen würdest. Dann erhältst du auch in Zukunft weitere Physikhilfen von mir. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.